Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel Boxes. Mein Name ist Rafa und ich freue mich, dass ihr zu einem weiteren Video eingeschaltet habt. Wir haben mittlerweile über 900 Abonnenten und das ist sensationell. Ganz, ganz großes Dankeschön an alle da draußen, die meine Videos schauen und die insbesondere diesen Channel mit einem Abo supporten. Das freut mich riesig und das motiviert mich, euch wie gesagt weiterhin coole Videos zum Thema Pokémon Investment wöchentlich hier rauszuhauen. Für all diejenigen, die noch nicht abonniert haben, gebt euch einen Ruck. Ja, ich würde mich riesig freuen. So kann der Channel weiter wachsen und mittlerweile befinden wir uns auf der Road to 1K. Und wer weiß, wann wir diese 1000 Abonnenten denn irgendwann mal erreichen. Ich hoffe, relativ Zeit. Also ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Wir haben heute ein spannendes Thema. Falls ihr den letzten Poké Talk verfolgt habt, habt ihr gesehen oder gehört, dass wir uns über Waifus unterhalten haben. Und genau das möchte ich heute hier gemeinsam nochmal mit euch aufgreifen. Waifu ist eigentlich nichts anderes als, ja, abgeleitet von dem englischen Begriff Wife. Es ist also eine fiktive Traumfrau in der Anime, in der Gamer-Szene, der man sozusagen hinterherjagt, für die man ein Faible hat. Und das spiegelt sich mittlerweile, wie gesagt, nicht nur in Animes, sondern auch in ganz, ganz vielen TCGs wieder. Und auch bei Pokémon. Bei Pokémon haben wir mittlerweile auch ganz viele weibliche Trainercharaktere, die wir, ja, hier in Europa, aber selbstverständlich auch in Japan als Waifus bezeichnen. Und genau diese Waifu-Karten möchte ich mir mal heute gemeinsam mit euch angucken. Denn eins ist sehr, sehr auffällig. Und ihr habt auch schon sehr cool in dem letzten Poké Talk in den Kommentaren darüber diskutiert. Diese Waifu-Trainercharaktere, die sind insbesondere in Japan sehr, sehr teuer. Also die Karten und im Englischen halt noch nicht. Und ich möchte mir heute mal mit euch angucken, welche Potentialkarten es denn so noch auf dem Markt gibt. Und das ist ganz wichtig, die ich selber noch gar nicht habe, weil normalerweise habe ich ja die Karten oder kaufe die Karten und zeige sie euch. Aber diese Karten, die ich euch heute zeige, habe ich selber noch nicht. Ja, überlege aber mit dem Gedanken insbesondere mir diese auf Englisch zuzulegen, weil das Gegenstück dazu auf Japanisch halt mittlerweile schon sehr, sehr teuer ist. Und das ist heute mein Ziel, mit euch mal insgesamt 14 Karten durchzugehen und vielleicht sogar noch ein paar Karten mehr, um mal zu schauen, gibt es vielleicht irgendwo noch den einen oder anderen Schnapper zu machen. Es gibt übrigens nicht nur Waifus in Japan, sondern auch Husbandos. Ein Husbando ist nichts anderes als auch vom Englischen Husband abgeleitet. Und hier reden wir über männliche fiktive Charaktere, denen man sozusagen hinterherjagt oder die man favorisiert. Diese haben aber selbstverständlich keinen so hohen Stellenwert, wie es jetzt die Waifus haben. Das resultiert einfach aus der japanischen Kultur, aus dem japanischen Verständnis. Von daher betrachten wir heute nur die weiblichen Waifus, also die weiblichen Trainercharaktere aus dem Pokémon TCG. Wir betrachten heute nur Karten aus der Schwert- und Schild-Ära. Hier aber mal ein Beispiel aus der Sonne- und Mond-Ära und ein Beispiel, was mit diesen Karten passieren kann. Hier haben wir die Karte Mistis Gunst bzw. Mistis Favor aus dem Set Miracle Twin auf japanisch. Man sieht, dass insbesondere der Kartenpreis in den kommenden oder in den vergangenen Monaten stark nach oben gegangen ist. Wer diese Karte heutzutage kaufen möchte, zahlt 160 Euro aufwärts für diese Karte. Wenn man sie denn auf japanisch haben möchte. Hier gibt es auch nur noch elf Stück verfügbar. Von daher insbesondere an den Verkäufen zu sehen, dass von der Stückzahl her in dem vergangenen Jahr betrachtet von heute, rückblickend ein Jahr zurück, auch sehr, sehr viele Karten von dieser Misti-Karte verkauft wurden. Und wie gesagt, mittlerweile kostet sie halt 160 Euro. Und das Spannende bei dieser Karte ist auch, dass insbesondere auch der deutsche und englische Preis nach oben hin angezogen hat. Die Deutschen sind definitiv günstiger als die englischen Karten. Wer eine deutsche Karte in Niermint von Mistis Favor aus dem Set Unified Mines haben möchte, der zahlt aktuell 65 Euro aufwärts. Wer sie denn auf Englisch haben möchte, zahlt hier schon in Niermint Condition 175 Euro aufwärts. Das sind zumindest die Preise, zu denen diese Karte hier bei Cardmarket angeboten wird. Wir sehen, aller Voraussicht nach gab es noch keinen Verkauf über 120 Euro. So richtig ablesen können wir das aus der Grafik aber auch nicht. Warum nicht? Schaut euch gerne den letzten Poké Talk an. Da hat Top 5 Pokémon das nochmal wunderbar erklärt. Und eine Analyse zu diesem Verkaufsgrafen gestartet. Aber Fakt ist, Waifu-Karten haben zwar bei uns noch nicht den Stellenwert, wie sie in Japan haben, werden bei uns aber Stück für Stück immer gefragter. Und das sieht man, wie gesagt, finde ich, insbesondere hier an der Kartenpreisentwicklung der englischen Karte, die ja, wie gesagt, hier nicht mehr unter 175 Euro zu bekommen ist. Und ich möchte mir jetzt, wie gesagt, mit euch angucken, welche aktuellen Waifu-Karten aus der Schwert- und Schild-Era sind auf Japanisch sehr teuer und welche auf Deutsch und Englisch noch zu einem guten Preis zu haben. Und da lasst euch mal gerne auf 14 Karten ein. Und überlegt euch mal, ob die ein oder andere Karte für euch vielleicht interessant ist, um die in die Sammlung oder für den Investment beiseite zu legen. Ich werde mir definitiv die ein oder andere Karte von denen, die jetzt kommen, wegsnacken. Die erste Karte, die ich euch zeigen möchte, ist die Serena-Karte. Hier aus dem japanischen Set Innocent Arcana. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal auf Japanisch vorgefiltert. Genauso bei den englischen und deutschen Karten. Danke nochmal an den Tipp von einem Community-Mitglied. Ihr seht, ich versuche, eure Tipps hier auch bestmöglich umzusetzen, um schneller ans Ziel zu kommen. Diese Karte wird auch hier regelmäßig, und das sehen wir hier in dem Graphen, ja, für 200 bis 300 Euro verkauft. Möchte man die Karte aktuell auf Japanisch einkaufen, zahlt man hier, sage ich mal, für eine vernünftige Karte ohne große Auffälligkeiten wahrscheinlich 300 Euro aufwärts, wie wir das hier an den Preisen sehen können. Das ist ein stolzer Preis. Und ganz ehrlich mir, für eine normale Trainerkarte, sage ich mal, klar eine Waifu-Karte, aber eine normale Trainerkarte, einfach zu teuer. Und deswegen habe ich mal einen Blick darauf geworfen, wie viel denn die deutschen und englischen Karten kosten. Und ihr werdet überrascht sein oder auch nicht. Diese sind halt viel, viel günstiger. Und die Serena-Karte, die jetzt hier 300 Euro aufwärts kostet, bekommt man halt aktuell auf Deutsch und auf Englisch für viel, viel weniger Geld. Wenn man sich die auf Deutsch beiseite legen möchte, dann zahlt man einen aktuellen Preis von 16 Euro aufwärts. Ja, das ist ein Riesenunterschied zu den 300 Euro, die wir gerade gesehen haben. Und wenn man die Karte auf Englisch haben möchte, ist man bei ca. 35 Euro aufwärts. Also auch da ist auffällig, finde ich, insbesondere was die deutschen und englischen Preise angeht, nicht nur bei Misty aus der Sonne- und Mond-Ära, sondern auch bei Serena jetzt hier in der Schwert- und Schild-Ära sind die englischen Karten tendenziell immer teurer als die deutschen. Und wenn ich hier wählen müsste zwischen Deutsch oder Englisch, da kann ich mich immer nur wiederholen, würde ich die englische Karte wählen, weil wir einfach einen viel, viel größeren Absatzmarkt haben. Es gibt viel mehr Menschen, die die englische Sprache sprechen. Das ist nicht nur für Seed-Produkte so, sondern auch für Einzelkarten. Ihr habt nicht nur die Möglichkeit, wie gesagt, nach Deutschland, Österreich oder die Schweiz zu verkaufen, also eure deutsche Karte, sondern könnt eine englische Karte auch an alle anderen Länder verkaufen. Und das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Vorteil, der dazu führt, dass die Karten auch, wie gesagt, schneller weggekauft werden und insbesondere dann hier einen Preis von 35 Euro erreichen und nicht wie hier oben bei 16 Euro stehen. Ich finde es eine coole Karte, wo einfach ein populärer Trainercharakter drauf ist und insbesondere auf Englisch für ein Zehntel ungefähr weniger, für ein Zehntel zu haben, was sie im Vergleich die japanische Karte kostet. Gehen wir mal von Serena zur nächsten Karte. Da habe ich euch mal Frida mitgebracht. Frida aus Paradigma Trigger. Ihr wisst, ich liebe Paradigma Trigger. Eines meiner Favorite-Sets aus der japanischen Schwert- und Schild-Ära. Wer da noch Displays einkaufen möchte, schaut gerne mal bei Cardmarket, aber auch bei vielen Händlern im Internet. Dort gibt es Displays noch für 79, 80, 81, 82 Euro zu kaufen. Meiner Meinung nach immer noch ein sehr guter Preis, um sich dieses so tolle Set beiseite zu legen. Aber hier haben wir jetzt eine Trainerkarte, und zwar die Frida. Die Frida ist nicht ganz so teuer wie die Serena, also ein nicht so populärer Trainercharakter. Nichtsdestotrotz kostet sie auf japanisch 79 Euro aufwärts. Auch hier, wenn man vernünftige Condition haben möchte. Auch das finde ich ein stolzer Preis, aber wir sehen, dass diese Karte auch regelmäßig zu diesen Kursen verkauft wird. Wenn wir uns diese Karte auf Deutsch und Englisch anschauen, dann sind wir beim Set Silberne Sturmwinde, also Silver Tempest. Und auch hier, eine englische Karte kostet so 10 Euro aufwärts aus dem europäischen Ausland. Und wenn man eine deutsche Karte kaufen möchte, auch ungefähr 10 Euro. Also hier deckt sich der Preis. Hier haben wir aber auch noch wirklich einige Karten verfügbar, mit 178 Stück. Auch das ist auffällig. Schaut euch mal die Frida an, aus Paradigma Trigger. Hier haben wir nur noch 40 Stück. Und in der deutschen und englischen Variante, sage ich mal, 178 Stück. Obwohl hier müssten auch noch alle anderen Sprachen mitgefiltert sein. Nichtsdestotrotz deutlich mehr als bei der japanischen. Gehen wir mal zur nächsten Karte, die ich euch mitgebracht habe. Und dann sind wir bei Sana aus Blue Sky Stream oder Shauna aus Blue Sky Stream. Ein mega starkes Set auf japanisch, welches jetzt schon über 200 Euro wert ist. Von daher tolle Wertentwicklung. Auch diese Karte hat ihren Preis, und zwar einen stolzen Preis von 105 Euro aufwärts. Ihr seht an den Graphen, dass auch hier diese Karte regelmäßig verkauft wird. Und das ist erstmal der Indikator, den man aus dieser Grafik lesen kann. Wir haben, wie gesagt, einen Preis von 105 Euro aufwärts, was auch schon ein stolzer Preis ist. Wie gesagt, ich würde persönlich bei den Waifu-Karten auf japanisch nicht zuschlagen. Ihr wisst, dass ich japanische Karten viel, viel stärker favorisiere als deutsche und englische, insbesondere wenn wir da so auf Pokémon-Basis sind. Wenn wir zum Beispiel, weiß nicht, eine Mewtwo-Vista-Karte haben, dann würde ich mich für die auf japanisch entscheiden. Als recht, wenn sie günstiger ist als die englische und deutsche, wie halt aktuell. Kleiner Geheimtipp nochmal hier für diejenigen, die immer noch dran sind und zuhören. Ähnlich wie zum Beispiel die Charizard-Vista-Karte auf japanisch. Auch die würde ich auf japanisch holen, obwohl sie deutlich günstiger ist als Promo auf deutsch oder englisch. Wenn wir aber so bei Trainerkarten sind, dann wäre mir der Preis hier einfach too much. Das ist aber nur mein persönliches Empfinden. Mehr denn jetzt Shauna oder Sana auf deutsch oder englisch haben möchte, der ist dann beim Setfusionsangriff. Und ihr seht, deutlich, deutlich günstigere Preise. 4 Euro auf deutsch, 4 Euro auf englisch aufwärts. Das ist auf jeden Fall bezahlbar im Vergleich zu 105 Euro. Und ihr seht, dass die Entwicklung hier auf jeden Fall auch erstmal nach oben ausschlägt. Das werden wir bei vielen anderen Waifu-Karten auch beobachten. Also es scheint so, dass diese Karten auch bei uns immer populärer werden. Natürlich noch nicht den Stellenwert haben wie in Japan. Das werden sie meiner Meinung nach auch nie erreichen, weil wir einfach einen ganz anderen Blick haben, eine ganz andere Kultur. Gar nicht mit diesen Animes, Waifus aufwachsen. Und die dann dementsprechend auch nicht so stark favorisieren. Hier haben wir die nächste Karte, und zwar Camillas Glanz aus Vista Universe. Meinem Top-Set. Ich liebe dieses Set. Ich habe da ganz, ganz hohe Erwartungen dran, dass mit diesem Set richtig was passieren wird in der Zukunft. Camillas Glanz beziehungsweise Alessa Sparkle ist hier auch mit dabei. Diese Karte gibt es auf Japanisch für 85 Euro aufwärts oder hier für 80 Euro aufwärts. Auch hier regelmäßige Verkäufe. Wenn man diese Karte auf Deutsch oder Englisch haben möchte, zahlt man auf Deutsch 17 Euro aufwärts und auf Englisch auch hier 24 Euro aufwärts. Und ich stelle euch diese Karten jetzt einfach nur mal vor, zeige euch die Preisunterschiede, zeige euch, dass sie in Japan deutlich teurer sind, zeige euch, dass sie bei uns in Europa deutlich günstiger sind und ihr könnt schauen, was ihr daraus macht. Vielleicht ist ja die ein oder andere Trainerkarte für euch dabei, wo ihr sagt, boah, die würde ich mir jetzt einfach mal in meine eigene Sammlung legen oder für ein Investment beiseite legen und einfach mal probieren, was mit dieser Karte passiert. Weil auch das ist halt alles so eine Testsache. Also ich habe auch sehr, sehr viele gute Erfolge in der Vergangenheit mit Investments gehabt, die auch einfach daraus resultiert sind, dass ich gesagt habe, ich probiere das jetzt einfach mal. Ich kaufe mir jetzt diese Karte, die 20, 30 Euro kostet und schaue mal, wo sie in 5 bis 10 Jahren liegt. Und das war in der Regel auch eine gute Vorgehensweise, wie gesagt, wenn der Einstiegspreis der Karte nicht allzu hoch ist und das sind diese bei den Deutschen und Englisch definitiv nicht. Kommen wir zu Perla beziehungsweise Irida aus Space Juggler, dem japanischen Set. Ihr seht, wir haben nicht mehr allzu viele davon auf Card Market vorhanden und Preise von 280 Euro aufwärts. Wahnsinn, was diese Karten kosten. Und schaut euch mal die Entwicklung an. Aller Voraussicht nach sind das die japanischen Karten, die im Wert innerhalb eines Jahres gestiegen sind. Von daher gar nicht mal verkehrt, vielleicht auch, wie gesagt, so eine Karte relativ früh sich einzusammeln. Ich sage immer, ihr kauft keine sechs Wochen nach Release, weil da finden sich die Preise erstmal noch. Man kann nicht sagen, wo so ein Kartenpreis landet, ob weiter oben oder weiter unten. Aber man kann hier auf jeden Fall schon sehen, dass diese Karte ihren Weg genommen hat, unabhängig davon, ob die Preise, die jetzt hier stimmen, auf eine Karte zu beziehen sind. Aber 280 Euro, der aktuelle Wert, den man für diese Karte bezahlen muss, für einen meiner Meinung nach sehr populären Charakter. aus der Schwert- und Schild-Ära. Möchte man die Karte auf Deutsch oder Englisch, sieht das Ganze schon anders aus. Das ist eine Karte aus dem Set Astral Glanz beziehungsweise Astral Radiance. 21 Euro auf Deutsch und circa 22 Euro auf Englisch. Definitiv günstiger als die gerade. Und optisch genau die gleiche Karte, auch wenn sie vielleicht eine andere Struktur, eine andere Qualität hat auf Deutsch und auf Englisch. Nichtsdestotrotz ein viel, viel günstigerer Einstiegspreis. Kommen wir nun zu einem ganz besonderen Waifu-Charakter, und zwar Marni beziehungsweise Mary. Eine sehr populäre Karte in Japan, auch bei uns in Europa ein populärer Charakter. Diese Karte gab es hier nur in dem Startdeck 100, also in keinem Set oder in keinem Display. Wenn man sich diese Karte kaufen möchte, muss man 380 Euro aufwärts aktuell bezahlen. Das ist schon ein stolzer Preis. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie günstig diese Karte auf Deutsch oder auf Englisch ist. Bei uns war sie im Set Strahlende Sterne beziehungsweise Brilliant Stars mit inbegriffen. Wenn man die auf Deutsch kaufen möchte, dann kostet sie 10 Euro. Möchte man sie auf Englisch kaufen aus dem europäischen Ausland dann 11 bis 12 Euro. Von daher ganz, ganz andere Preise als die Karte, die wir gerade gesehen haben. Aber halt auch in einer ganz anderen Stückzahl verfügbar. 319 Stück aktuell noch auf Cardmarket vorhanden. Und das ist am Ende auch irgendwo so ein Unterschied, der auch damit reinfließt. Nichtsdestotrotz neben der Exklusivität einfach auch die Popularität, was die Waifu-Charaktere angeht. in Japan. Das jetzt hier zur Mary beziehungsweise Marnie. Welche Karten haben wir noch? Hier haben wir Catlea, auch ein populärer Charakter aus der hier Schwert- und Schild-Ära beziehungsweise einen Charakter, der hier auch des Öfteren in der Schwert- und Schild-Ära auch gedruckt wurde. Diese Karte kostet mittlerweile 190 Euro aufwärts und ihr seht, die Kurve geht steil nach oben. Also wir haben hier schon eine richtig krasse Wertentwicklung zu verzeichnen, die wir hier anhand des Graphen ablesen können. 190 Euro der günstigste Preis. Sehr, sehr stolzer Preis. Diese Karte war in Jet Black Spirit drin im japanischen Set. Von daher für mich, wie gesagt, ein viel zu hoher Preis für so eine Trainer-Waifu-Karte. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall auch auf die Deutschen und Englischen zu gucken. Schaut mal hier. 10 Euro 14 Euro aufwärts in Near-Mind-Condition auf Deutsch 16 Euro aufwärts in Near-Mind-Condition auf Englisch. Auch hier haben wir eine Entwicklung nach oben zu verzeichnen, allerdings noch auf einem ganz humanen Level. Diese Karte war in Chilling Rain schaurige Herrschaft drin. Von daher glaube ich eine sehr coole Alternative insbesondere zu der teuren japanischen Karte. Ich werde euch nachher auch nochmal so meine Top 3 Trainerkarten, Waifu-Trainerkarten zeigen, wo ich auf jeden Fall überlege mir die eine oder andere beiseite zu legen. Das kommt aber am Ende des Videos. Von daher bleibt auch noch was die weiteren Karten angeht dran. Sephora auf japanisch aus dem Setmatch des Fighters auch ein richtig starkes Set. Lange, lange unterschätzt worden. Mittlerweile auch schon über 140, 150 Euro teuer. Diese Karte, eine Chase-Karte aus dem Set kostet 160 Euro aufwärts. Ihr seht auch mit einer guten Entwicklung nach oben. Ich glaube das wird auch dementsprechend so weitergehen. 160 Euro ist hier auf jeden Fall der günstigste Preis. Danach wird es schon deutlich teurer. Sephora auch hier ein beliebter Charakter. Zudem wir ja auch bei uns eine Premium Tournament Kollektion bekommen haben, wo auch noch eine weitere Sephora Trainerkarte mit drin ist, die man sich auch mal angucken kann. Von daher schaut euch gerne mein Video zu Premium Tournament Collections an. Dort seht ihr nochmal alle vier, die so auf den Markt gekommen sind und könnt euch Promokarten angucken. Packs, die sich dort drin befinden und so weiter und so fort. Diese Karte wie gesagt 160 Euro aufwärts, auf Deutsch und Englisch deutlich günstiger, auf Deutsch 15 Euro aufwärts wert und auf Englisch ca. 25 Euro aufwärts. Hier haben wir noch 67 Stück verfügbar. Meiner Meinung nach auch gar nicht so viele im Vergleich jetzt zu vielen anderen Karten, die wir gerade gesehen haben. Von daher könnte das eine Karte sein, die ich vielleicht nochmal mir im Detail anschaue. Antonia auf Japanisch nicht allzu teuer, aber auch nicht in allzu großen Stückzahlen vertreten. Diese Karte habe ich zum Beispiel, weil ich sie aus einem Single Strike Master Display damals gezogen habe. Aktuell 60 Euro wert. Viel mehr gibt es hier nicht, von daher muss man mal schauen, ob diese Karte irgendwann mal verkauft wird und ob sich dann irgendwann neuer Preispunkt findet. Schauen wir auf die deutsche und englische Karten sind wir auch hier deutlich günstiger. 9 Euro für eine deutsche und circa 14 Euro für eine englische aufwärts. Aus dem Set Kampfstile ein Set, was jetzt nicht so populär ist. Ich glaube auch eine Karte, die nicht so populär ist. Nichtsdestotrotz auch hier eine Waifu-Karte, die viel günstiger ist auf Deutsch und Englisch als auf Japanisch. Diese Karte oder dieser Charakter ist auch sehr populär und zwar Shiny Star V einem High-Class Pack aus Japan, welches auch richtig coole Karten beinhaltet. Wenn man sich diese Karte kaufen möchte, auf Japanisch liegen wir hier bei 55 Euro im Vergleich zu vielen anderen Trainerkarten. Also noch sehr sehr günstig und tatsächlich auch nur 25 Stück auf Card Market vorhanden. Wenn man also mit dem Gedanken spielt, auch mal eine japanische Waifu-Karte besitzen zu wollen, ist das denke ich mal eine. Genauso wie Antonia gerade, die man noch zu einem guten Kurs hier für sich in die eigene Sammlung kaufen könnte. Auf Deutsch und Englisch wesentlich günstiger, 7 Euro, 8 Euro auf Englisch, genauso auf Deutsch, die man hier für diese Skylar-Karte bezahlen muss. Aus dem Set glänzendes Schicksal, von daher auch ein Set, welches super stark geprintet wurde. Wir haben einfach extrem viele Produkte davon auf den Markt gekommen. Das sehen wir hier auch an der Trainer Karte 408 Stück noch vorhanden und das wird einfach dauern, bis eine solche Karte dann noch irgendwann mal im Preis steigt. Nichtsdestotrotz ein sehr populärer Charakter. Genauso populär, wenn nicht sogar populärer ist Sonja aus Vimex Rising hier auf japanisch 550 Euro zu dem Preis man die Karte kaufen kann. Für mich nicht realistisch. Ja, das ist lag bei 200 Euro, davor bei 170 Euro. Von daher ist das ein Preis, der rausgegeben wird, den jemand sich vorstellt, wo nur noch wenig Karten vorhanden sind. Es kann sein, dass irgendwann mal jemand diesen Preis für diese Karte bezahlt. Ich populäres Set auf Deutsch ca. 20 Euro beziehungsweise hier schon einen für 14 Euro aus dem europäischen Ausland und auf Englisch für ca. 26 Euro zu haben. Verkäufe gibt es auch regelmäßig, 115 Stück aktuell noch auf Cardmarket vorhanden. Das zu Sanya. Kommen wir zu einer weiteren Merry Karte. Diese Karte war aus dem Set Shield auf japanisch einem Set, was richtig stark abgegangen ist. Ich konnte mich noch an Zeiten erinnern, wo man dieses Set auch für 50 60 Euro aus Japan ordern konnte. Zu Beginn der Schwert und Schild Ära. Jetzt sehen wir hier eine einzige Karte verbleibend. Ich sehe jetzt hier per Filter gar keine. Vielleicht auf koreanisch oder chinesisch. Was wir aber sehen ist, dass richtig krasse Verkaufspreise in den letzten Monaten resultiert sind. Ob das können wir da nicht rauslesen. Das ist wirklich schade. Nichtsdestotrotz kann man sagen, eine sehr wertvolle Karte, die definitiv ihren Preis hat. Und wenn wir uns diese Karte mal auf Deutsch oder auf Englisch angucken, sehen wir, auch diese Karte bei uns ihren gewissen Preis hat. Also Marni, Mary, einfach ein populärer Charakter. 50 Euro aufwärts für eine Deutsche, ca. 58 60 Euro aufwärts für eine Englische. Das ist auf jeden Fall für eine Trainerkarte meiner Meinung nach schon ein stolzer Preis, insbesondere auf Deutsch und Englisch. Im Vergleich zu denen, die wir gerade alle gesehen haben. Diese Karte ist selbstverständlich auch schon ein bisschen älter, stammt aus dem Base Set von Schwert und Schild. Von daher hat sie auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. 121 Artikel aktuell vorhanden. Bin gespannt, wo diese Karte zukünftig noch weiter geht. Kommen wir zu einer Karte nicht aus Schwert und Schild, sondern aus Karmesin und Purpur. Auch den Vergleich wollte ich hier mal mit reinnehmen. Schaut euch mal die Mimi bzw. Miriam Karte an. Sehr sehr volatil, wenn wir uns das angucken. Mittlerweile haben wir hier keine Karte mehr, die unter 850 Euro eingestellt ist. Das ist der Preis, den man hier auf Card Market aktuell bezahlen müsste. Wir haben hier auch PSA10 Karten mit drin, die man kaufen kann für 1450 Euro aufwärts. Das ist schon echt häppig und das zeigt, wie populär diese Karten in Japan sind und wie die Menschen versuchen diese Popularität nach Europa zu ziehen und insbesondere diese Preise zu erzielen, die wir hier sehen. Es gab auch Ende April einen Verkauf für 1200 Euro. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine PSA10 war. Ohne das zu wissen, ist natürlich schon ein wahnsinniger Preis. Wenn wir uns die Karte anschauen aus dem Base Set von Carmesin und Purpur, dann hat die Karte auch schon eine Reise und Entwicklung hinter sich gebracht und zwar eher eine Negativentwicklung zu Beginn auch im Vorverkauf deutlich teurer angeboten worden, weil man sich so an diese Mimikarte aus Japan orientiert hat. Mittlerweile hat sich diese Karte eingependelt auf 50, 51, 52 Euro und auch auf Englisch nur ganz wenig teurer mit ca. 55, 56 Euro. Von daher ich finde optisch erstmal eine gelungene Karte, die mal so anders ist als viele andere Trainerkarten aus der Vergangenheit und ich denke, dass der Preispunkt für diese Karte sich jetzt so ungefähr gefunden hat um die 50 Euro herum von daher definitiv günstiger als die japanische Variante von daher wenn ich hier zuschlagen würde würde ich definitiv die englische Karte wählen auch das ist eine Mimikarte aus Violet EX also aus dem zweiten Set aus der japanischen Schwert und Schwert auch diese Karte und die ist halt eine ganz klassische Fuller Trainer Karte 220 Euro aufwärts wert regelmäßige Verkäufe 16 Stück aktuell auf Card Market vorhanden stolzer Preis schauen wir in unser Karmesin und Popo Base Set haben wir hier Preise von 20 Euro aufwärts also auch hier im Preis gefallen und aktuell finde ich ein vernünftiger Preispunkt wenn man sich diese Karte in die Sammlung legen möchte hier auch noch mal eine Karte die recht neu aus dem Set Clayburst ist 440 Euro aufwärts noch keine Verkäufe deswegen keine Graphen und auch eine weitere Karte aus dem Set Clayburst hier mit Enigmara beziehungsweise Iono die man Stand jetzt hier gar nicht kaufen kann weil es keine Karte davon gibt wenn man aber mal auf Ebay in Japan schaut auch definitiv Karten zu 1.100 1.200 Euro angeboten werden also das sind schon heftige Preise und insbesondere die Entwicklung jetzt mit der Mimikarte auf japanisch mit der Mimikarte hier als Fuller Trainer Karte auf japanisch und mit den beiden Enigmara Karten auf japanisch zeigt dass glaube ich auch insbesondere in der Kamesin und Popo Ära viel Wert auch auf Waifus gelegt wird auf weibliche Trainer Charaktere die dann insbesondere die Preise der Displays nach oben schießen lassen wir haben es jetzt in mehreren Displays beobachtet bei Kamesin und Popo und ich denke mal das ist so meine Prognose dass das auch in den kommenden Displays so weitergehen wird hier nun meine weiblichen Top 5 Trainer Charaktere Karten wo ich sage da werde ich nochmal einen Blick drauf werfen und mir überlegen die eine oder andere vielleicht auch für ein Investment beiseite zu legen insbesondere der Vergleich zwischen dem japanischen 300 Euro aufwärts auf japanisch auf englisch 35 Euro aufwärts auf eine weitere Karte die ich interessant finde ist die von Perla auch hier 280 Euro auf japanisch 22 Euro aufwärts auf englisch dann habe ich hier noch Katlea mit dabei 190 Euro auf japanisch circa 16 Euro auf englisch ich habe Sephora noch mit reingenommen da auch gerne wie gesagt die Karte aus der Premium Tournament Collection 180 Euro hier oder 160 Euro auf japanisch auf englisch circa 25 Euro aufwärts und als günstige Alternative habe ich hier noch Skylar mit dabei auf japanisch circa 55 Euro und auf englisch circa 7 bis 8 Euro wert das waren meine ja sage ich mal 14 glaube ich waren es japanischen Waifu Trainer Karten die ich euch mal im Preisvergleich zeigen wollte und meine Top 5 aus diesen 14 Karten ich hoffe ihr habt die ein oder andere oder das ein oder andere für euch mitgenommen das war mein Preisvergleich zwischen japanischen und europäischen Karten ich finde es immer noch Wahnsinn wie teuer diese japanischen Waifu Trainer Karten sind und auf der anderen Seite als Chance vielleicht wie günstig diese Karten bei uns sind wir haben an der Misti Karte gesehen dass insbesondere auch deutsche und englische Karten insbesondere englische Karten nachziehen können und nah an diese japanischen Karten drankommen können von daher wer weiß ob das nicht auch mit Karten aus der Schwert und Schild Ära passiert ich werde mir die ein oder andere sichern um euch irgendwann dann auch mal zu erzählen ob es funktioniert hat wenn euch das Video gefallen hat lasst gerne ein Like abonniert den Channel aktiviert die Glocke dass ihr keinen weiteren Content mehr verpasst und schreibt mir gerne mal in die Kommentare wie ihr diesen Blick auf Waifu Karten seht und welche Karten von denen die ich euch gerade gezeigt habe vielleicht eure Favoriten sind und gibt es vielleicht sogar Karten die ich nicht mit reingenommen habe wo ihr sagt wäre auch nochmal ein Blick wert danke euch für eure Aufmerksamkeit danke euch für eure Aufmerksamkeit ich sage bis bald und ciao ciao